Das hat sich beteiligt. Achso. Philipp, geh mal einen Kaaba her. Wo sind wir? Da. Er hat sich wieder beteiligt. Schmeißen wir schon in den Box. Das war's so nice. Try it. All the staffers, come on out! Das ist die richtige Story, ja? Okay. So, genau. Die ist gut gesichert. Ja. Geh mir nach vorne. Ja. Dann kannst du die abdrücken. Okay. Vorher spannend, ne? Ja. Okay. Wie stark ist das Rückstoß? Gar nicht. Sehr gut. Machen wir eine Probe und dann geht's los! Gebt ihr die gesichert? Ja. 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 Ich hab' gespannt, ey. Ja? Ja. Ja, toll. Mach' dir eine Probe und dann geht's los! Ready? Everybody's ready! Das war's für heute. Okay! Ich denke immer so bis 3 Uhr, dann wollen wir jetzt durchmachen, jetzt machen wir jetzt mal eine Schüsse rein. Ach du Scheiße, das ist schon einzeln? Ja, zu viel Walter, ich bin hier weh. Mal alle bitte Ruhe. Ich möchte ein ganz herzliches Dank und an die Geduld der Leute aussprechen, die hier bis dato mitgemacht haben, vor allem Schippo allen voran, der hier scheißweiter reinigt, was jetzt auch schon bei mir sein Job eigentlich ist. Und die Kameraleute, die hier einen Wahnsinnsjob machen und an jedem. Sonst füllst du nicht. Nee, SFX, alles, also wirklich, tausend Dank auch an alle Schauspieler, die das alles so geduldig und durchziehen, teilweise 10 Stunden warten müssen, obwohl nichts passiert. Deswegen ein Applaus für alle. Yeah! Wenn er am Boden liegt, brauchst du ja nicht weitermachen als das Messer unter die... Ja. Immer das Messer? Ja. Du führst mal näher hier dran, also näher zum Pulver. Dann führst du es mal runter die... noch weiter runter, äh, kannst du es da runter... Und dann führst du es mal runter... Ja? 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 Musik Musik Daniel-Kompter Schekt Ich werde fragen Der steht hier auf einem Cypfer Shane Frank Schenk, hola! Hi. Dreh dich mal. Gut, wunderbar. Also, ihr braucht kein Schießenspielen jetzt. Willst du eine Anordnung haben? Also leuchten wir an. Anordnung. Oder einfach so, wie es kommt. Jawohl, komm. Gut, ja. So, ihr legt die Anordnung. Und dann geht es los. Und dann geht es los. Und dann geht es los. Action! So. Wie weit wird das Datenstand von der Sprengung sein? Von den beiden Autos? Von dem Ganzen geht es wieder jetzt. Ja, ist schon klar, aber für alle. Nicht, dass da einer daneben steht. Ja. Hast du da einen Radbring? Da oben weit hinten, da vorne packen wir. Also, 50 Meter haben wir. Und da raucht es ordentlich. Ja. 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 Wolltest du dich eben ordentlich justieren? Ich will doch einfach so. So, wo er hinten an der Sprengung auf ist. Äh, ich darf. Nee, bitte. Es geht nur noch. Jeder, so darf. Autos sind scharf geteilt. Es geht nur noch wieder hin, die da sein müssten. Alle anderen verpissen sich. Vorher. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Morrell? Morrell! That's the sound of cow mics. No. Morrell. Chat? Morrell. 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 I'm going to have to go down. I'm going to have to go down. Speed. And action. place. Hey! Hey! Ja, 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 ja. Taliban. Sie werden mit Tal. Und dann geht es hier, boah. Und die anderen Leute kommen, ja, in die Richtung. Von Ihrer Seite, wenn Sie hier stehen, Sie werden hier stehen, Sie werden hier stehen, so Sie können die Fräule öffnen. Ja, 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 ja. 3, 2, 1... Shit, 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 fuck! Come on! Arjen, Peter! Wer hat das Wort? Und eigentlich schon ein Kopfmensch ist aber auch kein Problem mit der sinnlichen Behälter. Sicherlich ist davon keine richtige Unterhaltung, aber durchaus unter Herzen und Spannung. Und für Regisseur Dirk Buchmann ein faszinierender Blick auf die Macht des Wissensdienstes. Ja, ich muss seine Natur folgen. Ich weiße, wie er in den letzten Jahren versucht, zu forschen. Neugierend. Ein Film, der dankzunehmen, Ficke Mehl, du schenkst, jeder mit den Augen, keine Hand mehr abschnitten, keine Hand mehr abschließend, den Tief zu bringen. Wer ist der Tor, der ist der Tor. Ja, der ist der Tor. Was hat die Infektik geführt? Tja, das hat die überhaupt nicht ausdeutschgebäß des Daumen nachgebracht. Aber das wird halt auch gar nicht so geknackt. Jetzt sind wir ein Hottes Angel. You love the death, but I'm sitting here and watching lizards. Boom and boom, flash to flash, you are the Hottes Angel. You love the death, but I'm sitting here and watching lizards. WDR mediagroup GmbH. 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 GmbH.